Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Er hat jeden Tag einen Schulweg von mehr als drei Stunden Tom soll eine Zeit lang bei uns wohnen, dann können wir ihm beim Lernen helfen Ist ja auch egal, er wird sowieso nicht hier bei uns sein, weil er mich nicht ausstehen kann Thomas und Damien haben sich geprügelt und das war nicht das erste Mal Was heißt das nicht das erste Mal? Die Noten werden immer schlechter Die Lehrer sagen, du interessierst dich für nichts mehr und isolierst dich von den anderen Wieso prügelt ihr euch so oft? Wir mögen uns nicht, das ist alles Nein, nein, das reicht nicht Da ist noch was anderes Wieso hast du dich gar nicht verteidigt? Woher kommen diese ganzen Blutergüsse? Ihr habt euch geprügelt Ist dir gefallen, wie sie dich abgetastet hat? Hast du einen Steifen gekriegt? Oh la la, das ist gut, aber ihr solltet es auch nicht übertreiben Los, gebt euch die Hand Nicht nur einfach so, gebt euch richtig die Hand Nein Du hast nicht genug Vertrauen, Damien Vertrauen zu dir, zu den anderen, zum Leben Dein, du hast du dich gar nicht verteidigt hat? Also, ich versuche es anzufangen, du shackle dich gar nicht zu spür وال, zum Leben Vertrauen zu dir, zu den anderen, zum Leben